Yo, Peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder zusammen in Notruf Hamburg. Ich hab mir hier schon einen Voice-Chat-Server rausgesucht, den gehen wir direkt mal rein. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich riesig freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Noch voll kriminell sehe ich gerade, das ändern wir vielleicht nochmal kurz. Oder wollen wir heute kriminell sein, Leute? Wir sind mal so lange kriminell, bis wir es nicht mehr sind. Und werden uns hier einfach mal, ich mag den neuen Lambo so sehr, Leute, ohne Witz, ich find den so cool. Wieso wurde ich gerade nicht geblitzt? Ich bin viel zu schnell gefahren, glaube ich. Ähm, Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mir ein kleines Kommentar dalassen würdet. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Voice-Chat-RP-Server. Aber guck mal, was hier wieder abgeht. Da sehe ich direkt einen Admin. Wenn sie wollen, dass sie überleben kommt, dann kommst du mit. Okay. Das war eine Geiselnahme, Leute. Äh. So ein glatter Unfall. Was geht hier ab? Es wird schon geschossen. Hallo? Das ist ganz schön Fail-RP, ne? Hallo? Das ist auch Fail-RP. Ihr macht gerade fettes Fail-RP. Merkt ihr das eigentlich? Macht ihr das eigentlich, ne? Ja, natürlich. Guck mal, du warst gerade eine Geisel. Warum bist du auf einmal frei? Ey, kann ich Wind fahren? Warum zur Hölle, warum zur Hölle fängt er an, ihn zu tasern da hinten? Was so schießt der da, der macht genauso Fail-RP. Hallo, was geht hier ab? Er macht Fail-RP, Bruder. Ich bin seit zwei Jahren. Der ganze Server ist hier Fail-RP, Leute. Ich meine, Leute, ihr seid einer der wenigen Server, die hier voll sind. Warum spielt ihr denn nicht wenigstens eine ordentliche SAP, Leute? Was ist das? Ach, Mann, Junge, was ist er denn hier jetzt? Ja, komm, Leute, tschüss. Niemals, geht niemals auf den Server HR-RP, Leute. Niemals. Ich zeige euch heute einfach wieder ein paar schlimme Server. Wir kaufen uns hier kurz frei. So. Da rauf, Leute. Was sieht die AP da? Immer noch Fail-RP. Immer noch fettes Fail-RP, Jungs, Alter. Ihr seid so lächerlich. Ja, wo ist denn der Mod hin auf einmal? Warum schießt der? Hallo, das sind alles Fail-RP. Mach doch. Wen juckt? Wen juckt? Ey, Admin. Der SIK da hinten. Warte. Da hinten kommen bestimmt zwei gleich. Ah, nee, ist nicht der. Ja, ja. Fack, kenne ich dich nicht. Irgendwie kommt mir dann die Stimmung. Kannst du mich mal im Video grüßen? Ich bin ein Fan von dir. Du bist jetzt im Video, sagen wir es mal so. Aber was ist hier los, Alter? Hier ist ja fettes Fail-RP. Ihr seid einer der wenigen vollen Server. Macht ja nicht so viel Mist. Warte, warte, ganz kurz. Loco, Loco. Hey, Loco, Loco. Loco, Loco. Okay, Server hat sich ja dann doch noch als recht cool herausgestellt, Leute. Nevermind. Ja, okay. Man soll mal... Ja, aber... Gut, dass die Admin's dann ja wenigstens noch reagiert haben, sag ich mal. Ich bin schon wieder kriminell, weil ich zu schnell gefahren bin. Oh. Oft hat man jetzt ein gefährliches Fahren. Ja, das ist echt belastend. Ich wollte eigentlich einen Job annehmen jetzt. Dann warten wir nochmal kurz, Leute. Ui. Oh, mein Kopf tut weh, Leute. Also, ich bin sehr schnell über diese Bodenwelle gefahren. Diese Bodenwelle hat mich komplett hops genommen. Äh... ADAC. Warum schreibt er denn nicht? Iv... Auto kaputt. Können wir mal holen? Kann ich hier... Warnblinker anmachen? Geht das nochmal? guttag also jetzt schon gerufen autos kaputt wäre sie leider nicht leider nicht und mein lambo ist jetzt schrott das ist echt doof ich weiß ich glaube ich bin bediener ich hoffe der adrc kommt der meldung ist rausgegangen gucken was da noch passiert einer war zumindest online eben deswegen hoffen mal dass er vorbeikommt und dann warte ich war hier ab meine zeit aber dankeschön ja da kommt noch mal polizei wo ich gehe von der straße runter ach so das nett das ist wirklich nett aber unfall stimmt hätte ich auch machen können da war meint ja abschneiden kann ich noch zu beitreten genau als top 6 in kreide wer mich aufhalten will aber mein auto wurde ja schon leider aufgehalten über die ich bin eventuell mit erhöhter geschwindigkeit gefahren aber nur minimal und dann bin ich eventuell über die boden wille vielleicht die kontrolle über meinen wagen verloren und das stopp schild ist ja leider ein bisschen stabil also gute deutsche hände gebaut und ja bleibt in der adrc wenn sie sehen sie wissen sie wo der ist ja vielleicht der adrc ich sehe nur ob es einen gibt und ich weiß es gibt da nicht können die laube ist das sehr dahinten aber ich glaube dass normales auto da kann ich glaube ich nicht abschleppen ne vergiss so ein kaltes auto aus aber normales irgendwie ok könnten sie mich vielleicht ja zählt ihr auto aus kann man sich dann autos machen wir jetzt einfach ich gewinne aus ab geht's aber aus tyler tyler leute bei der polizist habe ich mit hingefahren tyler ich habe den adrc gefunden tyler 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 was hier los also ohne gespräche ok doch entschuldigung wie helfe was kann ich machen hilfe dass sie los selbst dir was sie los adrc was sollte das hallo guten tag bleiben sie mal stehen da ruft jemand hilfe in ihrem auto hallo mit dem fiat leute mein gott wir müssen ihn retten wir retten ihn hallo bleiben sie bitte stehen bleiben sie stehen wissen wie ich dich retten könnte es könnte jetzt eventuell so guten tag ich glaub glaub sie machen da was illegal ist oder oder was also was illegal ist vor das was was denn ihr plan ich meine der neben ihnen der der ist ganz schön aufgebracht hilfe ja also wenn er sagt das ist ihr sohn dann denke ich erst mal hat er ihr sohn eine krankheit oder warum redet er die ganze zeit so ok ja gut dann helfe ich ihnen mal da rauszukommen hatte ich noch ein bisschen an hier im moment irgendwie weil ich muss mein auto da glaube ich mal wegfahren so perfekt 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 so alles klar ja die schöne weiterfahrt noch mehr und ihren sohn aber ich muss auch noch in die richtung ich fahre ich fahr kurz vorbei mit schneller müssen die heimlich verfolgen nicht nur wissen was passiert geiselnahme wird oder ob es was anderes wird gespannt hätte zum farm shop mit dem fährt vielleicht zum klamotten laden okay leute ich weiß es nicht wir werden ich würde sagen wir verfolgen ihn einfach oder und wir fahren erst mal wieder gegen schild klassiker jetzt schon verloren gehen oder ja haa guck mal was da vorne abgeht da sind auch ein paar menschen das sind seine mission guten tag ich dachte hier geht jetzt voll was ab hier waren drei autos ich wisse vielleicht ist jetzt zur tankstelle gefahren da ist er ja aber schon mal weil wir tanken müssen oh da ist ja wieder der fahrer mit seinem sohn gut ich habe nichts gesehen alles gut ach ja keine sorge dir geht es bald wieder besser dir geht es bald wieder besser papa ich habe keinen sohn ich habe keinen sohn tut mir leid sein sohn okay leute äh geil sind aber okay viel mehr wird da nicht passieren denke ich aber kurz witzig dass es so weiter geht lasst mal ein bisschen fürs video rumfliegen mit dem bus der gehört nicht dir ne ist ja gut das nämlich ja bisschen rumfliege ein bisschen wir machen erstmal heilig habt ihr 5k gesündet erfahrene leute was ich ich müsste einmal in der luft ein screenshot machen das wäre wichtig also polizeibus das ist ein normaler bus dazu ganz hacken das ist ja echt normaler bus dachte schon okay leute wir gehen mal gucken was es noch für server gibt neuer server neues glück neue geisel name ich glaube nicht was mir los sind hier los ihr habt schon zwei geiseln wartet mal steht gerade auf den server gekommen ich habe dafür keine zeit jetzt was der polizist ja kann schließen passiert nichts ich bin gott junge merkst du das nicht erst das ist das polizei ist keine polizei aber das sind geile es oft hätten ich weiß ich vergele ich fand hallo gut tag jetzt ist ja noch keine hier leider er hat ihr schon mal vor wie lab ihr schon mal eine geisel name gesehen die lief ich habe bisher noch keine gesehen hier ist ein polizist wie viele polizisten gibt es zehn polizisten und keiner kommt zu einer geisel name passiert zivil polizist zitrone man zitrone wer hat nicht getötet sprich direkt gesnitcht direkt gesnitcht 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 wir wollen einfach hier diese Ich hab ihn getötet. Wer? Du? Ich. Ich. Guck mal. Du kriegst eine Verwanderung, wo er das erste Mal war. Ey, Bruder, ich hab... Guck mal. Der ist ausgestiegen. Mein Kollege... Der ist ausgestiegen. 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 Ey, Ilyas, Ilyas. Du hast mit der Sniper geschossen. Nein, ich hab keine Sniper, wo? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Er hat nicht, aber er hat trotzdem FFP gemacht, weil er... Aber ich will wissen, wer mit der Sniper geschossen hat. Ich nicht. Ich glaub, das war der Typ drinnen. Der Typ, der tot ist, glaub ich. Ich bin schon tot. Nö. Der kann gar keine Sniper haben. Nö. Füftel-füftel-chance-gold. Ey, aber hier... Ey, aber hier... Zitrone wird wieder hochgeholt. Zitrone wird wieder hochgeholt. Ja, 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 ja. Ohh. Ey, wir haben gesagt geiselnahme. Aufsteigen im Rhein. Auf einmal rennt er um die Tanksolle своWaffe raus hinter der Tanksolle. Aber du darfst doch nicht jemanden, der zur Verhandlung hier hinfährt, als Geisel nehmen, ne? Ja, aber der war alleine, der war alleine als Kopf und es gibt elf Kops. Ja, aber trotzdem. Ja, aber doch, alleine als Kopf schon. Es gibt die Regel zu zweit zu einsetzen, ne? Also ist ja nicht umsonst da. Aber ich hab ja echt gesagt, dass die hinkommen sollen. Wenn die nicht kommen, dann ist das Ding. Entschuldigung. Das ist gerade tatsächlich. Aber wenn der dann alleine kommt, oder? Natürlich nehme ich einen Kopf, der alleine ist, einfach als Geisel. Vor allem, ein einzelner Kopf würde ja auch niemals gegen den Willen, gegen zwei, drei bewaffnete Leute machen. Das ist ja absolut lebensgewöhnlich. Ihr könnt ja maximal Eile umlegen und wird dann selber erschossen. Er macht halt nichts, was man sagt. Man sagt, komm rein. So, was, was, was? Könnt ihr jetzt nicht? Ich wollte einfach nur Fitness schiften. Haut rein. Na komm, mach zu der Seite. Tschüss. Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ein bisschen Chaos. Und der Vater, der seinen Sohn entführt hat, für den Geiselnahme. Okay, kein Ding, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut unbedingt nochmal in die Beschreibung. Da findet ihr meinen Discord-Kanal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hier sind noch zwei Videos von mir. Ciao.